Die NATO fürchtet einen russischen Angriff aufs Baltikum. Deshalb ist die Stationierung der deutschen Litauen-Brigade ein wichtiges Puzzleteil in der Abschreckung des Gegners. Mit der Grundsteinlegung fangen nun die Bauarbeiten in Litauen an. Die Baltischen Staaten sind gegenüber Russland besonders exponiert. Ein Überraschungsangriff könnte das Heranführen von NATO-Truppen massiv verzögern. Die Armeen der baltischen Staaten sind zu klein, um länger einem russischen Angriff standhalten zu können. Deshalb ist vor allem eine ständige, starke Brigade in Litauen in der Nähe der strategisch wichtigen Suwalki-Lücke von grosser Bedeutung für die Abschreckungspläne des westlichen Verteidigungsbündnisses. Auf dem Truppenübungsplatz Rüthnike im Südwesten Litauens fanden nun mit der Grundsteinlegung der Startschuss für den Bau der Kasernen und des Übungsgeländes statt. Die Panzerbrigade 45 soll ab 2025 ihren Dienst in Litauen in Teilen beginnen und 2027 ihre volle Einsatzbereitschaft erreichen. An der feierlichen Zeremonie haben unter anderem die Premierministerin Ingrida Simoniete, der Verteidigungsminister Laurinas Kassiunas, der Generalstabschef General Raimundas Weix Noras und der Staatssekretär im Bundesministerium der Verteidigung Nils Hilmer teilgenommen. Die Kaserne soll auf dem 170 Hektar grossen Gelände des ehemaligen Übungsplatzes der sowjetischen Luftwaffe errichtet werden und Platz für die mehr als 4'000 Bundeswehrsoldaten der Brigade bieten. Das Baumodell zeigt Stabs- und Unterkunftsgebäude, Werkstätten, Abstellflächen und Fahrzeughallen sowie Sportenausbildungsanlagen. Total sollen 120 Gebäude errichtet und 10 Kilometer Verbindungswege und Strassen gebaut werden. Zudem kommen Schießstände für Infanteriewaffen und ein eigener Panzerschießplatz dazu.